Okay, Freunde, Team Toa besteht aus Toa, Captain America und Captain Marvel und Team Spider-Man besteht aus Dr. Strange, She-Hulk und dem Spidey selber. So, ähm, wo wollen wir hin, Freunde? Holt das Buch von Visanti aus dem Sanctum Sanctorum, ist bei Team Spider-Man, begebt euch nach Asgard und bittet Heimdall um Hilfe. So, wir gehen nach Asgard mal, oder, Freunde? Kommt, wir gehen mal nach Asgard, vielleicht finden wir, vielleicht sehen wir ja mal Loki. Ich bete, dass Heimdall und mein Vater in Sicherheit sind. Ich habe von großer Zerstörung in meiner Heimat gehört. Ist das technisch gesehen überhaupt noch deine Heimat? Ich dachte, das Sanctum, was? Wie Strange und die anderen wohl zurechtkommen. Ich würde sagen, vielleicht finden wir ja Loki mal. Ja, deswegen ab nach Asgard. Liberty Island, ja, da erinnert mich leicht an Lego City Undercover. Hier haben wir Kang Citadelle. Ist aber auch immer ein Stück mehr bis dahin, ey. Krass. Nuevea York. Diese Gauner halten uns wirklich auf Trab. Dieser Ort hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das Observatorium wirkt verlassen. Lass uns zum Thron meines Vaters gehen. Alter. Das Palastor ist anscheinend eingestürzt. Hat jemand eine Idee, wie wir hineinkommen könnten? So, einmal das Gebiet abstecken hier, Asgard, Freundin. Ja, das wollt ihr auf jeden Fall gemacht haben. Okay. Okay. Wunderbar, Hammer. Ähm. Aktiviert. Ja, ja, okay. Wissen wir alles. Wissen wir doch schon. Dankeschön. So. Wir müssen da rein. Sieht aus wie die... Wir müssen eine Möglichkeit finden, da irgendwie durchzukommen. Mhm. Ähm. Okay. Alter, die haben alle die Kräfte auf einmal, um das Ding kaputt zu reißen, oder? Ey, krass. Ist mir vorher nie so aufgefallen, dass die alle solche Arme haben. Reicht das Ding denn? Ist das Ding jetzt schon ready, oder muss ich noch mehr? Ne, da fehlt noch. Warte, okay. Ähm. Vielleicht hier? Ne, Gold. Ähm. Miss Marvel, kann die das? Wunderbar. Wunderbar. Äh, Captain Marvel, Entschuldigung. Miss Marvel, Captain Marvel, Alter. Oh, Marvel, Stan Lee. Was tust du mit mir? Okay. Ich glaub, wir kommen jetzt... Ein unfreundliches Klima. Ich bin froh, wenn ich wieder nach Lemuria zurück kann. Dann müsst ihr jetzt gut aussehen. Er hat das, wartet. Und dann schießt mit... Ja. Okay, dann sieht gut aus. Ja. Okay. Mamba. Ganz klar. So, Thor, komm, du darfst sogar vorgehen, ne? Mach das mal für uns. Los geht's. Der Boot stammt nämlich von einem Hohn. So verzweifelt sind die Avengers, Leute. Weltraumhunde hin oder her. In dem Weltraumschädel gibt es genug Energie, Technik, Kram oder meinetwegen Zauberbohnen, um in diese Zitadelle zu kommen. Unsere sogenannten Helden brauchen einen scharfen Blick, um die Nexus-Splitter zu finden, die sie so geschickt verstreut haben. Odin, mein König. Das Reich ist verloren. Unser Heer. Besiegt. Genug. Die Schuld tragen die tapferen drei, die sich Kang widersetzt haben. Es gab eine Abmachung. Odin, warum nur habt ihr einen solchen Pack geschlossen? Oh, äh, ich meine Sohn. Du lebst? Vater, was soll dieser Irrsinn? Thor, bist du es wirklich? Alphater! Heimdall! Heimdall! Oh. Loki, du? Wir hatten dich doch verbannt. Kang hat mich da rausgeholt. Mit seiner Hilfe habe ich Vater unter dem Vorwand losgeschickt, dich zu suchen, als Manhattan vor langer Zeit verschwand. So konnte ich meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnehmen. Ah! Thor! Alles bringt zusammen! Astatiana! Endlich bekomme ich meine Rache! So, Thor, gemeine Bestie! Ich werde dein Reich übernehmen, Thor! Sur, Thor! Okay, Jane Forster, Jane Forster, voll gut. Okay! Gut! Let's go! Dann gehen wir mal ganz... So, ich brauche Captain Marvel. Ich muss mal eben das Fährt hier kaputt machen. Wunderbar! Okay, da kann ich doch direkt was aufbauen, ne? Okay, ich kann zwar nur in Zeitlupe, warum kann ich da nur in Zeitlupe aufbauen? Okay, wunderbar. So, was kann ich jetzt... Ah, da brauche ich Elektrizität, ne? Jawoll. Und los geht's. Alter, jetzt hau mal ab hier! So, einmal... Ja, er hat sie gut aus. Oh, er hat sie nicht mehr gut aus. Das sieht gut aus. Was passiert da? Wasser. Okay. Okay. Aber ich muss den da mit doch bestimmt auf die Mappe hauen, nicht? Ja, sag ich doch. Bam! Sag ich doch, ja wunderbar. Boah, was hat das abzieht? Knall ihm den Loki eine! Oder kann ich den nehmen? Ich kann den nehmen. Ach so, der hilft ja uns. Der hilft uns. Okay. Okay. Zack. Ah, da muss ich... Ah, okay. Aber die Dinger muss ich kaputt machen, okay? Zwei von fünf. Guck mal, da hinten ist noch ein Drei! Meteoritenschlag! Guck mal, da sehe ich auch schon, dass ich Captain America's Schild brauche. Seht ihr das da? Ja? Ich habe es gesehen. So, guck mal, da ist Nummer vier. So, Nummer fünf habe ich noch nicht gesehen. Wir schauen mal. Könnte hier hin sein, sag ich doch. Alles klar. So, Nummer fünf. Machen wir direkt auch noch mit weg. Wunderbar. Alles klar. So, Minikit sammeln wir ein. Das wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. So, jetzt geht es weiter. Ähm, muss ich dem erstmal die ganze Brühe hier gegen den Latz knallen? Also, der kann halt nicht. Der ist zu schwach, okay. Der ist auch zu schwach. Ich brauche hier so ein Tor, hier. Daneben! So, jetzt nimm mal das Wasser hier oder die Brühe. Jetzt hau ich die mal vor die Nase hier. Bam! Zieh das ab, das zieht noch ab, geil. Okay, komm. Einmal gibt es die Brühe hier noch. Vorsicht! Weg! Drei, zwei, eins. Hör mal zu, Kollege. Jetzt reicht es mir, aber ich brauche einen neuen. Ich brauche ein neues Fass, bitte. Ich kriege kein neues Fass. Oh, ich gehe nicht weg. Ich halte da nochmal die Elektrizität drauf, aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Natürlich nicht. Okay, das kriege ich so auch nicht kaputt. Ah, ja, klar! Ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich das Feuer löschen? Ich brauche Captain America dafür. Ja, sicher, mit dem Schild. Ich mach das hin, wie wir die neunhaltige Gehirne. Jawohl! Genau so geht's! Und... Ah, okay, alles klar, wunderbar. Yes! Da ist das letzte Fass, was wir benötigen. Danke. Minikit? Dann ist doch nicht dein letzter Fass Da war nur ein Minikin Warum? Da müsste eigentlich noch ein Fass rauskommen Oder nicht? Muss ich was? Miss Marvel, komm her Captain Marvel, komm her Dann ist doch aber nicht Ist doch nicht richtig Da brauche ich ja einen, der schießt Habe ich nicht Doch, warte mal Loki könnte schießen, aber Aber ich glaube nicht Das hat Lokis Okay, dafür den Einbräu Der Black Panther, ihr habt es gesehen Ne Ne Alter, ich brauche noch ein Fass hier Ich kriege das Feuer gelöscht Ich dachte, das wäre zu groß Okay, ja dann ist okay Dann habe ich nichts gesagt Bam, Hinterkant, Schildwurf Bam Jawohl Mach, mach, mach Okay Ah, und das ist jetzt bestimmt Ja sicher, das ist bestimmt Das Captain America Wurf Moped, ne Die Wurfstation, oder? Nein Nein Aber ich muss trotzdem Mein Schild da reinpflastern Ja Ist er weg? Ist er kaputt? War aber einfach, oder? Ja Das war es doch noch nicht, oder? Da unten ist er Wo kommt er da? Er steht vor mir Was? Alter Knall ihm eine Was ist das? Loki Die Musik ist geil, oder? Jetzt hat er wieder volles Leben Da oben als Großer Das müsste in einem Moment aufhalten Ein Moment würde uns vielleicht schon reichen Ah, da ist das Da ist das, was ich gerade meinte Da Diese Wurfstation hier Jetzt muss ich bestimmt Da ranwerfen Wo muss ich werfen? Wo muss ich halt Ah, okay Da, okay Let's go Okay Okay, guys Kommt der jetzt wieder Wird der jetzt wieder klein? Ne, der ist immer noch Okay, was muss ich machen? Okay, da wird Kommt der jetzt wieder klein, ne? Wo ist er? Da ist er Komm her Der kommt zu mir Oh, da ist er Bam Bam Knall ihn eine Knall ihn eine Knall ihn eine Miss Marvel, los Strahl drauf Ja Schön Ey, das wirkt sogar Geht sogar Okay, da ist es Oh, da ist er Klasse Teamwork! Wir brauchen deine Hilfe, um die Nexus-Splitter zu finden. Seltsam. Odin, ich meine Loki, hat das Gleiche gefragt. Dann geh mit ihnen. Ich werde hier wachen, sollte Sotho zurückkommen. Du gibst deinen würdigen Tor ab. Wir treffen uns alle in Manhattan. Endlich! Ich wollte immer den Broadway sehen! Cooles Comic wieder, ne? Mit den beiden Tors. Das sieht gut aus. Obwohl, ist ja nur sie drauf. Schon cool, schon cool. Ach seh den Ball. Na ja. Das war ein Bosskampf, der war schon ein bisschen easy, muss ich sagen. Der war jetzt nicht schwer, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das war schon leicht. Naja, so ist es auf jeden Fall, ne? Ihr wisst jetzt, wie man den ganz schnell besiegen kann. So, wir bekommen einige frei. Sotho und wir bekommen Jane Foster als Thor frei. Sehr gut. Und Sotho. Jawoll. Wunderbar. So sieht's aus, Freunde. Kurze Folge für heute, aber egal. Das war's. Danke schön, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehr gut, gerne, nächstes Mal wieder. Bis dann, Freunde, alles Gute. Haut rein, euer Whitey. Peace! Peace! Outro 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 Outro